Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen ein Lied ankündigen, was in Gantabellig hören schon ein echtes Highlight ist. Warum es ist ein Highlight, das kann ich Ihnen sagen. Letztes Jahr hat dieser Song den ISS-Dom zum Beben gebracht und die Zuschauer von den Schülern gerissen. Das geschah bei dem bundesweiten Projekt 6K United, bei dem wir natürlich mitgewirkt haben und auch dieses Jahr am 28. Juni wieder teilnehmen werden. Und ich kann Ihnen versichern, das ganze Üben hat sich gelohnt. Jetzt liefern wir Ihnen den Song 100% von Lina Larissa Strahl mit 100% Power und jetzt viel Vergnügen. Applaus Das hier sind 100% Das hier sind 100% So perfekt, es könnte nicht besser sein. So wie jetzt, sollte es für immer bleiben. Streicher geht nicht, dass wir Sprache brauchen. Ein auf jeden tut es heute auch. Und die Straße sah nicht schöner aus. Wer hat den roten Teppich für uns ausgerollt? Und wir haben keine Ahnung, aber immer noch eine Möglichkeit. Aber hoch, wenn das Leben Hurra schreit. Großtagskonfetti, liebe Partei. Es ist schön. Spielball, spulen, jungen, jungen, grönen, schlönen, schlönen, alles so nicht, 98, 99. Das hier sind 100% Das hier sind 100% So perfekt, es könnte nicht besser sein. So wie jetzt, sollte es für immer bleiben. Hey, hey, es trinkt uns Hundebetten. Hey, hey, sowas passiert nur selten. Hey, hey, alles ist heute leicht. Hey, hey, guck mal, wir fliegen gleich. Es ist wie Geburtstag haben. Überschulen, jungen, jungen, grönen, schlönen, schlönen, alles so nicht, 98, 99. Das hier sind 100% Das hier sind 100% Das hier sind 100% So perfekt, es könnte nicht besser sein. So wie jetzt, sollte es für immer bleiben. Es ist wie Geburtstag haben. Es ist wie Geburtstag haben. Überstuhlen, jungen, jungen, grönen, schlönen, schlönen, alles so nicht, 98, 99. Das hier sind 100% Das hier sind 100% Das hier sind 100% So wie jetzt, sollte es für immer bleiben. So perfekt, es könnte nicht besser sein. So wie jetzt. Das hier sind, das hier sind, das hier sind 100% Säge!